Wir sind jetzt hier, da drüben sieht man es schon, hier ist man auf dem Campingplatz von Bad Wörishofen, der Therme in Bad Wörishofen. Wir kennen die Therme aus Sinsheim, die gehört in den gleichen Clan, sag ich mal. Und ja, da werden wir heute den Tag verbringen. Genau, da freuen wir uns auch. Und da drüben ist die Therme, hier wie gesagt der Campingplatz mit Strom, mit allem drum und ran. Und ja, ist cool. Und wir fahren uns hier, da geht es jetzt rein, in die größte Therme. So, jetzt geht es hier rein, in die Therme. So, jetzt geht es hier ans Bezahlen. Gebucht haben wir schon, reserviert. Und jetzt bezahlen wir. Das ist unsere Mupfel. Können wir schnell filmen, weil hier ist Filmen verboten. Deshalb wieder aus. Und unsere. Liebe Camperfreaks, ja, ihr seht uns jetzt von zu Hause. Unser Fazit müssen wir von hier abhalten. Die letzten drei Filmchen übers iPhone haben irgendwie nicht so ganz hinhauen wollen, beziehungsweise der Ton war nicht mehr da. Keine Ahnung warum, ist jetzt so. Und deswegen gibt es unser Fazit von hier, von schön zu Hause. Und ja, Fazit, wie fandest du es? Ja, wir kennen ja die Bäderwelten in Sinsheim. Hier bei uns um die Ecke. Was heißt um die Ecke? Ist auch eine Stunde Fahrt von unserem Zuhause aus. Aber da sind wir schon drei, vier Mal gewesen. Und das letzte Mal ja auch mit unserem Günni, mit dem Camper. Genau. Dort war es sehr schön, dass man da umsonst stehen darf und es genug Platz für Camper gibt. In Bad Wöröshofen sind wir eigentlich mehr oder weniger zufällig auf der Durchreise gelandet und haben uns dann kurzfristig überlegt, okay, gehen wir mal rein, schauen mal, ob es da auch was für Camper gibt. Das war uns eigentlich relativ klar. Und ja, es ist so. Also die haben relativ große Parkmöglichkeiten für Camper und dann sind wir reingegangen und haben geschaut, okay, ist es ähnlich wie Sinsheim? Ist es schön? Hat es uns gut gefallen? Ja. Vielleicht fangen wir einfach bei der Therme als solche an, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Sinsheim. Das wird jetzt auch nicht jeder von euch kennen. Insofern ist der Vergleich ein bisschen hinkend. Aber es ist ein bisschen kleiner auf jeden Fall als Sinsheim. Trotzdem sehr viele verschiedene Saunawelten. Also das muss man schon sagen. Ich glaube über 30. Ja, ja. Ja, ordentlich viele, ja. Genau. Auch mit teilweise mit Koibecken. Dann haben wir in einer gesessen, das fand ich sehr nett. Das hieß, glaube ich, Backstube. Und da war ein echtes, richtiges Brot, wurde da im Ofen gebacken. Und das hat in der ganzen Sauna, also während quasi dem Saunagang, hat das dort nach frisch gebackenem Brot gebrochen. Das war ganz schön. Dann natürlich das übliche Dampfbäder. Man kann Peelings machen und so weiter. Und was wir hier immer besonders schön finden, die haben da schöne Rückzugsmöglichkeiten. Also es ist eben auf der einen Seite ein normales Schwimmbad, in dem man eben auch in der Freizeit mit Kindern planschen gehen kann und ein bisschen Gaudi hat. Und auf der anderen Seite kann man sich wirklich auch sehr gut erholen und hat einen Rückzugsort und kann sich dort so eine Art Muscheln oder Himmelbetten, waren das dort mieten. Die haben mir ja gezeigt, eine ganz kurz, hattet ihr ja schon gesehen. Genau. In dem Video. Ja, also man kommt dort zur Ruhe und wir haben uns, glaube ich, dieses Mal auch wieder acht Stunden, neun Stunden dort aufgehalten, haben unterschiedlichste Saunagänge gemacht, zwischendurch immer mal wieder geschlafen, gelesen, ausgeruht, waren zweimal essen sogar. Ja, richtig. Wie fandest du das Essen? Durchwachsen, hätte ich gesagt. Also mir hat das bei den Bederwelten Sinsheim schmeckt mir das Essen definitiv viel, viel besser. Ja, das ist auch das Einzige, wo ich jetzt sage, das war nicht so schön bei dieser Bederwelten-Geschichte. Bad Wöröshofen. Bad Wöröshofen. Ich kriege das irgendwie nicht über die Lippen. Bad Wöröshofen. Ansonsten, ja, war auch für mich alles top. Also ich fand da alles super. Ist halt viel, viel kleiner als ein Sinsheim, muss man einfach dazu sagen. Ist aber auch sehr, sehr schön. Also die Menschen dort waren auch alle top. Also auch die Mitarbeiter waren super. Von daher nur das Essen halt. Es war jetzt nicht super schlecht. Es war aber nicht super gut. Ich würde mal sagen eher so ein Mittelding. Wir sind einmal, sag ich mal, in die normale Küche und einmal schon in die etwas grobenere Gastronomie. Einmal eher Imbiss, genau. Einmal eher Imbiss, genau. Und einmal eher, ja, schon etwas besser. Aber mir hat beides okay geschmeckt. Aber mehr war es auch nicht. Und ich fand auch die Portionen ziemlich klein. Also bei den Imbiss war es schon etwas mehr. Und bei dem Gehoben war es ein bisschen zu wenig. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe meine Spätze umgetauscht gegen Pommes. Vielleicht hättest du ja Koch oder H-Bage, kriegst halt jetzt seine blöden Pommes. Aber dafür weniger dann. Kann sein. Ich weiß es nicht. Also mir, ich empfand das als ein bisschen zu wenig. Ansonsten, wie gesagt, fand ich alles top. Ja, auch sehr gepflegt, sehr sauber, muss man sagen. Das sind die Bäderwelten immer. Also Bad Wöröshofen ist ja in Bayern. Da gibt es ja auch noch die Bäderwelten Erding. Das ist auch nicht so weit weg. Die sollen auch sehr ähnlich sein. Im Grunde sind die immer gleich aufgebaut, haben eben einmal diesen Freizeitbadwert und einmal eben diesen Wellness- und Spa-Bereich. Und es ist eben sehr schön, vielleicht nochmal zu den Preisen was zu sagen. Also eine Nacht für den Camper ohne Strom kostet 15 Euro in Bad Wöröshofen pro Nacht. Und der Eintritt, das ist alles immer so ein bisschen tricky, weil man das zubuchen muss. Also wir haben zum Beispiel so eine große Muschel oder in dem Falle ein Himmelbett gemietet. Das kostet 35 Euro pro Tag für zwei Personen. Und dann kommt eben noch der Eintritt für das Komplettpaket dazu. Das heißt, wenn man das Komplett bucht, darf man in den Sport- und in den Freizeitbadbereich genauso reingehen wie in den Spa-Bereich. Das hat also insgesamt dann 175 Euro gekostet mit der Liegefläche plus das Essen. Also es ist schon so, dass man zu zweit für so einen ganzen Tag da auch mal gerne 200, 250 Euro lässt mit dem Camper dann noch. Aber wir würden sagen, es lohnt sich, oder? Ja, definitiv. Und zum Camping-Stellplatz, Schrägstrich Parkplatz, sei noch gesagt, bis sieben Meter darf man da stehen. Nicht größer. Genau. Aber auch mit Stromversorgung. Mit Stromversorgung, genau. Die ist auch noch mit dabei. Und wir fanden auch den Platz sehr, sehr schön. Er ist ziemlich eben. Also von daher braucht er keine Stützen, meiner Meinung nach. Also sehr ruhig und auch gleich gegenüber von der Therme. Also besser geht's nicht. Genau. Also wir sind wie gesagt durch Zufall auf beides gestoßen, sowohl Sinsheim als auch Bad Wörishofen. Nicht durch Zufall drauf gestoßen, dort hinzugehen, aber auch mit dem Camper dort hinzugehen. Genau. Das hatten wir eigentlich so weder in Sinsheim vor, noch in Bad Wörishofen und das war Zufall. Und deswegen möchten wir euch einfach gerne sagen, wenn ihr mal Lust habt auf ein kurzes Wochenende einfach mal einen Trip mal rausfahren, 200 Kilometer, wenn es euch das wert ist. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil das wirklich eine ganz, ganz tolle Thermenwelt ist. Und ich glaube auch, dass alle anderen, es gibt glaube ich in Summe 5, wahrscheinlich genauso gut sind. Genau. Und alle Infos nochmal zu den Bederwelten Bad Wörishofen verlinken wir euch unten in der Beschreibung. Geht einfach mal drauf, schaut es euch selber an und gebt uns auch gerne einen Kommentar, wie ihr es dort empfunden habt oder wie ihr die Bederwelten generell findet. Wir hatten ja schon ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch jetzt einfach auch, jetzt im Abspann. Da ging es um die Bederwelten Sinsheim, da finden wir die Bederwelten Sinsheim toll, aber da gab es auch das eine oder andere, das hat nicht so gut geklappt und nicht so gut hingehauen. Ich habe gehört, das sollte jetzt besser sein. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und ansonsten ja, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschau. Ja mach der, der nimmt schon auf, aber was sollst du? Boah Babe, mach hin. Ja du musst mir das sagen, wenn ich anfangen soll. Das rote Licht. Achso, ok. Das schneidest aber raus, ne? Ne. Doch, das machst du. Also, wir hatten leichte technische Probleme, als wir... Dich, hört er auch? Ne, mach ich jetzt einfach mal. Drei, zwei, eins. Liebe Camperfreaks, wie ihr jetzt feststellen musstet, sind wir jetzt nicht mehr in der Therme...